Die Information, die wir haben, dass es keinen politischen Hintergrund hat, ist erstmal kein Anlass zur Entwarnung. Im Gegenteil, das macht es eher schwieriger, denn bei dem politischen Hintergrund ist klar, wohin man ermittelt. Halten Sie bitte die Fresse, danke, ich rede gerade. Ich rede gerade, ja, wir sind hier in Deutschland. Ich rede gerade, bitte Maul halten, danke. Ja, jetzt gehen Sie mal bitte zur Seite. Gehen Sie bitte zur Seite, ich rede gerade. Ich rede gerade, gehen Sie mal zur Seite. Ja, so, machen wir weiter. Ja, danke.